Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für den 1. April. Heute aber ohne Scherze, ich kann es euch versprechen. Heute haben wir dabei Apple, Sega, Facebook, Planet Hollywood und Google Maps. Beginnen tun wir mit der Nachricht, die ihr bestimmt eh schon mitbekommen habt. Kurz vor dem Wochenende hat Apple bekannt gegeben, dass die lang erwartete Apple AirPower Ladematte eingestellt wird. Die wurde ja vor über anderthalb Jahren vorgestellt und sollte es ermöglichen, ein iPhone, eine Apple Watch und auch die AirPods mit dem Charging Case alles auf einer Matte zu laden und egal wo man es hinlegt, da würde es dann halt funktionieren. Weil ansonsten muss man ja bei Wireless Charging immer den Sweetspot finden, wo man das Gerät drauflegt. Ja, und irgendwann wurde ja nicht mehr darüber geredet und als letzte Woche die AirPods 2 rauskam, war ja sogar die AirPower Matte auf der Verpackung erwähnt und viele hatten damit gerechnet, dass sie dann jetzt auch erscheinen wird. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Apple hat die Technik nicht in den Griff bekommen und das liegt wohl auch an den Hitzeentwicklungen der diversen Charging-Ringe, die in dieser Matte eingebaut sind, denn das sind für drei Geräte nicht drei, sondern Apple wollte da halt ein Dutzend oder mehr als ein Dutzend reinbringen, damit man entsprechend auch die Geräte hinlegen kann, wo man will und die Technik dann entscheidet, hier wird jetzt geladen, da nicht. Und das war wohl zu einfach gedacht, in Anführungsstrichen. Es gibt mittlerweile schon viele Berichte, dass Techniker intern schon lange davor gewarnt haben, dass das nicht funktionieren wird. Aber sie haben es trotzdem versucht und haben es jetzt eingestellt. Ist natürlich A, konsequent, B, natürlich ein bisschen peinlich, weil man es auch groß auf der Bühne vorgestellt hat. Dann hätte man das vielleicht nicht tun sollen, wenn man noch nicht so nah an einer Lösung ist. Ja, sei es drum, also kein AirPower für euch, es gibt genug Alternativen im Markt. Was aber jetzt angekündigt ist und wahrscheinlich noch wirklich kommen wird, das ist das Sega Mega Drive Mini, beziehungsweise in Amerika das Sega Genesis Mini, denn dort hieß das Mega Drive damals Genesis. Das ist die ehemalige 16-Bit-Konsole von Sega und genau wie Nintendo hat Sega auch erkannt, Retro funktioniert, kleines Gerät, 40 Spiele sind vorinstalliert, man kann es an den Fernseher einstecken und direkt losspielen. Mittlerweile sind auch 10 Spiele schon bekannt, die in diesen 40 Spielen enthalten sind, unter anderem Space Harrier 2 und Echo the Dolphin. Und das Ganze ist dann am 19. September diesen Jahres erhältlich, und zwar für 79,99 Dollar, plus in Amerika natürlich die Steuer und wahrscheinlich dann auch 80 Euro plus minus bei uns. Nächstes Thema, Facebook. Die haben ein neues Feature angekündigt, und zwar ein Tool, was einem erklärt, warum man einen Beitrag sieht. Das Ganze gibt es bereits ja schon für Werbung. Man kann oben auf die drei Punkte klicken und dann kann man auswählen, warum man denn diese Werbung angezeigt bekommt und bekommt dann die Erklärung. Und das Ganze wird jetzt auch für Beiträge ausgerollt. Sprich, es kommt so ein bisschen Transparenz in den Algorithmus. Man kann dann sehen, warum ist dieser Beitrag jetzt gerade in meine Timeline reingeschoben worden? Und dann sieht man, weil man von einer entsprechenden Person ganz viel geliked hat, reagiert hat, kommentiert hat. Und daraus kann man so ein bisschen für sich ableiten und ein bisschen Verständnis bekommen für die Funktionalität. Und ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich bin schon neugierig zu sehen, warum denn bei mir diverse Beiträge in der Timeline auftauchen. Dann haben wir heute auch mal wieder, haben wir auch regelmäßig einen Hack zu verkünden. Denn Hacker haben Kreditkartendaten in Amerika gestohlen. Das ist für euch höchstens interessant, falls ihr da mal in Urlaub wart, zwischen Mai 2018 und März 2019. Also stolze zehn Monate haben die das gemacht. Also kann es ja durchaus jemanden auch hier aus der Hörerschaft betreffen. Es geht um eine Point-of-Sale-Moreware, die installiert wurde an den Geräten, wo dann bezahlt wird. Und das ist bei praktisch allen Locations von diversen Restaurantketten der Fall. Und auch beim Planet Hollywood. Und zwar bei Planet Hollywood in Las Vegas, New York und Orlando. Die Hacker haben 2,15 Millionen Karten damit abgegriffen. Darunter natürlich Kartennummern, Kundennamen und auch Verfalldaten. Leute, die online bei diesen Diensten bestellt haben, die sind davon nicht betroffen, weil es wie gesagt am Point-of-Sale vor Ort stattgefunden hat. Also von daher, für die geringe Chance, dass es euch betreffen könnte, schaut doch mal in eure Kreditkartenabrechnungen rein. Nicht, dass da was doch noch aufpoppt. Und letztes Thema für heute ist auch wirklich kein April-Scherz. Google hat das alte Spiel Snake, also mit der Schlange, wo man hin und her fährt. Die Schlange wird immer lange, länger. Das haben die jetzt eingeführt in Google Maps. In iOS und Android könnt ihr euch das aus dem Menü runterladen. Das Ganze soll für 10 Tage am Start sein und ihr könnt dann mit einem Doppeldecker-Bus durch London fahren, mit einem Kabel-Karl durch San Francisco und noch diverse andere Varianten machen. Schaut es euch ein. Und 10 Tage könnt ihr spielen. Es wird aber auch noch eine dedizierte Webseite geben, wo Google das für Desktop-Spieler und Mobile-Spieler ohne Android und iOS zur Verfügung stellt und vielleicht anscheinend auch nach diesen 10 Tagen für die das Spiel jetzt erst mal angekündigt ist. Ist auf jeden Fall eine spaßige Sache. Da kann man sich bestimmt ein bisschen die Zeit mit vertreiben. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch an ihr altes Nokia und wie sie Snake darauf gespielt haben. Ja, und das war's. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen April-Scherzen. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Tschau, tschau. Hört mehr Geek Talk.